Bienvenue au Valet! Mein Vater Stefan Maier und ich, Madeleine Eichenmaier, sind hier im Vetro bei Jean-René Germaniere zum Spezialkubitz-Assemblieren, zum 150-jährigen Bestehen von den Lagerhäuser Zentralschweiz. Mit den Firmen Lagerhäuser Aarau, Weinkellerie Aarau, Cotra und Vistasis. Wir machen ein Assemblage mit den zwei Besitzern, Jean-René Germaniere und Gilles Besse. Ich freue mich riesig. Das ist meine erste Assemblage. Meine auch. Und somit, let's go! Ich freue mich. Ich freue mich. Ich freue mich. Für mich ist das ein Millésium, der uns die Tür geöffnet hat, denn wir haben uns herausgefunden, was wir haben, dass wir viel acidität haben. Wir haben viel acidität und haben wir gearbeitet. Und das hat mich sehr gefühlt, weil ich finde, dass unser Valleil-Valais klimat, mit der schön acidität, die Bins tonnig sind, die fräscher sind, das bringt viel, insbesondere in den Rouges oder in den Blancen. Und in der Assemblage, die wir gegründet haben, ich glaube, dass wir diese Tram ein bisschen acide finden, ein bisschen frais, und die vinschuldigend werden, und die, in meiner Meinung nach, können auch ein paar Jahre gut sein. Ja, perfekt. Das ist schön hier, Rondi. Und wenn ich mir vorstelle, jetzt noch etwas schönes, irgendein Wild oder so. Wunderbar. Ich will doch gar nicht schüren. Ich finde es super. Gibt es gut? Ja.